Ja, herzlich willkommen meine lieben Freunde, es ist 2024 und ihr fragt euch vielleicht, ey, ist es jetzt noch an der Zeit, sich ein Steam Deck zu kaufen? Ist das noch okay? Oder ist das Gerät vielleicht schon zu alt? Denn das LCD Deck ist ja nun schon zwei Jahre alt und obwohl letztes Jahr das OLED Deck rauskam, hat das ja so gut wie die gleiche Leistung wie das LCD Deck. Und 2024 wird ja, zumindest von mir prognostiziert, auch das Jahr der Handhelds. Also ja, die Frage ist natürlich berechtigt und ich möchte gerne heute einmal ein paar Punkte mit euch durchgehen und zwar anhand meiner Aussagen, die ich damals getroffen habe beim Langzeit Review zu meinem LCD Steam Deck, aber natürlich auch in Bezug aufs OLED Deck und vor allen Dingen auch in Bezug auf die ganzen neuen Handhelds, die rausgekommen sind bzw. die angekündigt wurden. Und wenn ihr euch gar nicht das Video durchschauen wollt, sondern eine Antwort von mir haben wollt, dann sage ich euch ja, das Steam Deck ist auch 2024 absolut ein fantastisches Gerät, welches ich mir auch heutzutage problemlos kaufen würde. Klammer auf, hier und da müssen wir ein paar Sachen beachten, Klammer zu, aber darüber sprechen wir jetzt. Ich habe damals in meinem Video als erstes die Haptik angesprochen. Die Haptik des Steam Decks ist einfach wirklich extrem gut. Es ist leichter geworden, wenn wir jetzt mal kurz das Gewicht mit reinnehmen und ich habe euch ja damals schon in meinem OLED Video gesagt, das sind ja letztendlich 30 Gramm, weniger als so ein Klumpenhefe bzw. als so ein Würfelhefe. Das kann ja nicht so der Unterschied sein, aber doch, es ist tatsächlich der Unterschied, denn wenn ich dieses Gerät, das OLED Deck eine Zeit lang in der Hand habe und danach mein LCD Deck in die Hand nehme, bemerke ich diese 30 Gramm und lasst euch gesagt sein, wenn ihr danach dann beispielsweise das Lenovo Legion Go, was natürlich schwerer ist, auch einfach, weil es größer ist, in die Hand nehmt, dann merkt ihr auch da definitiv einen Unterschied. Von daher sage ich ganz klar, Gewicht ist super und die Haptik, die wir hier bei dem Steam Deck haben, ist auch absolut fantastisch. Es liegt wirklich extrem gut in der Hand und ich habe halt zu keinster Zeit das Gefühl, dass es nicht ergonomisch genug geformt ist, denn diese Rundung hier unten, die wir hier haben, ist einfach unfassbar viel wert. Es liegt perfekt hier in der Hand und man kann es so problemlos halten. Also das Gewicht ist tatsächlich hier unten drin und die restlichen Finger könnt ihr dann einfach nur zum Spielen benutzen. Von daher, die Haptik ist immer noch absolut fantastisch. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich die Haptik einer PS Portal tatsächlich besser finde. Die PS Portal, die habe ich hier. Ihr wisst, der Controller ist einfach dieser DualSense Controller der PS5 mit einem Display dazwischen. Ja, wir haben kleinere Sticks dabei, aber das Ding liegt für mich persönlich einfach noch ein wenig besser in der Hand als das Steam Deck. Von daher sage ich heute tatsächlich, die Haptik des Steam Decks ist absolut super, aber nicht perfekt. Es geht einen Ticken besser, das habe ich halt gemerkt, aber trotzdem ist es fast konkurrenzlos. So, und dann bin ich auf die Steuerung gekommen. Und die Steuerung ist einfach ein Punkt, bei dem das Steam Deck absolut alles richtig macht. Ich weiß nicht, jeder spielt gerne Spiele, die eine Mausunterstützung haben, aber ich liebe Spiele wie Factorio. Ich liebe Aufbau, Strategiespiele. Und von daher brauche ich einfach eine vernünftige Maus. Ich bekomme es nicht hin, einen Stick als Maus zu benutzen. Das fühlt sich nicht richtig an und ich habe einfach nicht dieses wirklich präzise Movement, was ich brauche, wenn ich irgendeinen kleinen Punkt anvisieren möchte. Und da sind diese Trackpads des Steam Decks nach wie vor der absolute Standard. Der absolute Standard. Das ist unglaublich gut. Und beim OLED Steam Deck wurden die Trackpads noch ein klein wenig verbessert zum LCD Deck, aber auch beim LCD Deck waren die bereits absolut fantastisch. Ich habe vom Lenovo Legion Go das Trackpad benutzt und das steht in keinem Vergleich zum Steam Deck. Also da sind definitiv die Trackpads des Steam Decks absolut erste Sahne. Da kann ich euch wirklich nur sagen, wenn ihr gerne Spiele spielt, die eine Mausunterstützung haben, sei es ein Anon, Frostpunk, ein Command & Conquer, was auch immer, ist das Steam Deck die einzig richtige Wahl. Steuerung absolut perfekt. Die restlichen Tasten sind super. Ich habe allerdings beim OLED Steam Deck jetzt mehrfach, nicht nur persönlich, sondern auch von euch gehört, dass ihr Probleme hier und da mit Tasten habt. Das geht einerseits von klirrenden Triggern, die wir hinten haben, aber auch hin zu klemmenden Tasten. Und genau das Problem habe ich auch. Auch mein X-Knopf, den ich hier habe, wenn ich den drücke, je nachdem in welchem Winkel ich den drücke, bleibt der stecken. Und das ist tatsächlich kein Einzelfall, sondern das ist ein Problem, welches einfach mehrere User haben. Und ich habe das Gefühl, dass das bei dem OLED Steam Deck schlimmer ist als beim LCD Deck. Natürlich hatte das LCD Deck auch seine Macken. Nur beim LCD Deck habe ich halt nicht diese Menge an Beschwerden gelesen, diese klirrenden Tasten, die wirklich häufig auftreten. Von daher scheint die Verarbeitungsqualität des OLEDs nicht ganz so gut zu sein. Wir sind einfach mehr defekte Geräte im Umlauf. Ja, Valve tauscht das aus, das ist kein Problem. Und ihr habt beispielsweise die Möglichkeit, bei einer klemmenden Taste Sandpapier zu nehmen. Ganz, ganz feines Sandpapier so als kleine Tube zu formen, hier dran zu stecken und dann drei-, viermal hoch und runter zu gehen, ganz sanft. Und das sorgt bereits dafür, dass die Tasten dann eben nicht mehr klemmen. Nur ob ihr das natürlich bei einem neuen Gerät machen wollt, dass ihr da selber etwas abschleift und es ist euch überlassen. Wie gesagt, ihr habt die Möglichkeit, das Gerät einzutauschen, aber das müsst ihr dann für euch entscheiden. Außerdem ist mir aufgefallen, dass die Verarbeitungsqualität bzw. die Druckpunkte des Steuerkreuzes bei dem Steam Deck einfach unterschiedlich sind. Ich hatte ja zwei OLED-Decks eben, weil mein erstes OLED-Deck eben genau diesen klirrenden Trigger hatte. Da hatte ich ein absolut perfektes Steuerkreuz. Ich hatte einen perfekten Druckpunkt. Ich habe mir noch gedacht, wow, dieses Steuerkreuz wurde wirklich massiv verbessert. Dann habe ich aber mein Ersatzgerät bekommen. Und ja, es ist gut, das Steuerkreuz, aber das ist nicht mehr so ganz genau wie beim ersten OLED. Und von daher scheint es auch hier tatsächlich verschiedene Ausprägungen zu geben, wie genau das Steuerkreuz am Ende dann zu bedienen ist. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Von daher ist die Verarbeitungsqualität nicht ganz so gut. Solltet ihr allerdings ein Steam Deck erwischen, egal ob LCD oder OLED, bei dem alle Tasten wirklich so funktionieren, wie sie sollen, ist es wunderbar. Dann ist es gar keine Frage. Nur habt das im Hinterkopf hier und da kann es tatsächlich ein paar Probleme geben. Was wir beispielsweise nicht haben beim Steam Deck, das sind Hall Effect Joysticks. Hall Effect sind einfach bessere Joysticks, die mit Magneten arbeiten, sodass die wirklich ganz ganz genau sind und keinerlei Abweichung haben und auch in dem Sinne keinen Verschleiß haben. Hat das Steam Deck nicht, könnt ihr euch nachrüsten, könnt ihr beispielsweise bei Amazon kaufen, kosten um die 30 Euro. Von daher abschließend zu den Tasten sehr sehr gut, macht sehr viel Spaß damit zu spielen. Perfekt ist es aber nicht, denn es gibt hier und da tatsächlich ein paar Probleme. Und der nächste Punkt, den ich damals angesprochen habe, das waren die Community Layouts. Und das ist immer noch ein riesengroßer Pluspunkt beim Steam Deck. Denn gerade wenn ihr ein Spiel habt, welches eben keine Controller-Unterstützung habt, sondern bei dem ihr euch einfach die Steuerung anpassen müsst, gibt es bereits sehr sehr viele Community Layouts, die ihr einfach runterladen und benutzen könnt, selbstverständlich kostenlos und die ihr euch dann auch danach problemlos anpassen könnt. Wenn ihr sagt, okay, ich möchte jetzt vielleicht hier und da doch einen Knopf anders haben, ja dann macht das, das ist kein Problem. Und gerade bei so Spielen wie Dyson Sphere Program oder Factorio, bei denen wirklich viele Hotkeys benutzt werden, ist es einfach unfassbar gut, sich die Buttons genau so legen zu können, wie man es möchte. Ich kann mir beispielsweise hier hinten drauf eine Lupe legen. Ich kann mich hier hinten drauf die Steuerungstaste legen, sodass, wenn ich den Knopf gedrückt halte, die Kamera besser bewegen kann. Ich kann mir auch Tastenkombinationen auf eine Taste legen, sodass ich wirklich sagen kann, okay, so dermaßen anpassbar wie beim Steam Deck ist das definitiv nirgendwo anders. Ich kann beispielsweise bei First-Person-Shootern einstellen, dass, sobald ich den rechten Stick berühre, nicht drücke, einfach nur berühre, dass dann das Gyroskop aktiviert wird. Das heißt, dann habe ich diese Bewegungssteuerung, sobald ich den Finger runternehme, ist sie nicht mehr aktiv. Also hier gibt es wirklich unfassbar viele Anpassungsmöglichkeiten und gerade, wenn ihr PC-Spiele spielen wollt, die eben keinen Controller unterstützen, geht meiner Meinung nach nichts über die Anpassbarkeit des Steam Decks. Und dann kommen wir zum Display. Das Display habe ich damals bereits angesprochen und habe gesagt, dass das wirklich ein sehr, sehr gutes Display ist. Wir wissen, das löst mit 800p auf, also 1280x800 Bildpunkten und das ist auch bei dem OLED-Display genauso. Nur, dass wir hier, der Name verrät es, natürlich ein OLED-Panel verbaut haben. Und ihr wisst, ganz am Anfang bei meinem Unboxing war ich vom Display nicht wirklich besonders positiv überrascht. Ich habe gesagt, ja, das ist schon ganz cool, das ist auch minimal größer, die Schwarzwerte sind ganz gut, aber so wirklich vom Hocker haut es mich nicht. Dann habe ich aber gesagt, okay, ich benutze jetzt wirklich eine Woche ausschließlich das OLED-Deck und nehme danach das LCD-Deck wieder mal in die Hand. Da habe ich dann plötzlich gemerkt, wow, das ist wirklich ein riesengroßer Unterschied und das Display ist einfach wirklich schön. Wir haben HDR, natürlich müssen die Spiele HDR unterstützen, aber ja, das Display ist definitiv sehr, sehr gut. Aber hier muss ich auch wieder sagen, das Display von der PS Portal, obwohl es kein OLED-Panel ist, gefällt mir persönlich besser. Es ist ein bisschen größer, ich finde die Farben einfach noch klarer, knackiger und es ist halt auch schärfer. Wir haben da eine 1080p-Auflösung und bei dem Steam Deck eben eine 800p-Auflösung. Das macht bei so einem kleinen Display in dem Sinne keinen besonders großen Unterschied, wenn ihr aber ein Spiel auf der Portal spielt und danach zum Steam Deck zurückgeht, dann merkt man den Unterschied. Und selbstverständlich weiß ich, wenn wir bei dem Steam Deck ein anderes Display einbauen würden, welches mit Full HD auflöst, bräuchten wir automatisch natürlich auch mehr Power, weil dann einfach sehr viel mehr Rechenkraft benötigt wird. Und das ist dann halt nicht optimal, von daher sind die 800p ein definitiv sehr, sehr guter Kompromiss. Ich hätte auch keinerlei Probleme damit, wenn beim Steam Deck 2 ein 800p-Panel eingebaut wird, nur habt im Hinterkopf das Display, besonders das OLED-Display ist wirklich absolut super und sehr, sehr gut. Aber auch hier geht es am Ende noch ein wenig besser und wenn ihr dann einen Windows-basierten Handheld wie das Lenovo Legion Go nehmt oder ein ROG Li, was auch immer, dann ist es halt auch so, dass ihr dort noch höhere Auflösung habt. Ja, die Geräte sind halt auch stärker, nur habt im Hinterkopf, wenn euch 800p nicht reichen, müsst ihr überlegen, ob das Steam Deck was für euch ist oder eben nicht. Und abschließend zu dem Thema noch der kurze Unterschied zwischen OLED und LCD. Das OLED-Display läuft ja auch mit 90 Hertz, das heißt, ihr kommt dann auch bei Spielen, wenn die nicht zu Hardware-hungrig sind, auf bis zu 90 Frames pro Sekunde. Und natürlich sieht ein Hollow Knight beispielsweise in 90 Frames super aus oder ein Prince of Persia. Da sage ich persönlich aber, dass ich so gut wie keinen Unterschied zwischen 90 Frames und 60 Frames merke. Klar, die PC-Spieler, die normalerweise mit 120 Frames spielen, werden jetzt sagen, Stefan, es ist doch klar, dass da ein Unterschied ist. Ja, aber ich persönlich als Casual-Gamer, der fast ausschließlich auf Handheld spielt, sehe keinen besonders großen Unterschied zwischen 90 Frames und 60 Frames. Und dann bin ich damals auf das Thema Speicher eingegangen. Und zu der Speichergröße muss ich sagen, ich weiß, dass andere Handhelds teilweise mit einer 1TB SSD oder mit einer 2TB SSD rauskommen. Bei dem Steam Deck habt ihr natürlich den riesengroßen Vorteil, dass ihr super leicht das Gerät aufschrauben könnt, selber den Speicher austauschen könnt. Und von daher haben natürlich beim LCD Deck sehr, sehr viele Leute sich die 64 GB Variante gekauft, Speicher rausgenommen, sehr viel schnelleren, größeren Speicher reingepackt und waren glücklich damit. Und beim OLED Deck ist nun mal jetzt die niedrigste Variante die 512 GB Variante. Die andere Variante hat 1TB Speicher und da ist natürlich auch noch ein weiterer großer Unterschied. Wenn wir nochmal ganz kurz zum Display zurückgehen, dass die 512 Variante ein nicht entspiegeltes Display hat, die 1TB Variante ein entspiegeltes Display hat. Also ganz kurz zum Speicher, welche Variante ihr euch holt. Da würde ich es wirklich eher davon abhängig machen, welches Display ihr haben wollt, wenn ihr eben dann das OLED Deck holt. Ansonsten habt ihr immer noch die Möglichkeit die SSD auszutauschen oder ihr könnt natürlich auch einfach eine Micro SD reinpacken für beispielsweise eure ganzen ROMs oder was auch immer. Ich mache es so, dass wirklich die großen Spiele, die auch schnelle Ladezeiten erfordern, dass ich die auf die interne SSD installiere und die ganzen Indies, die eben nicht unbedingt eine SSD brauchen, die kommen einfach auf meine Micro SD Karte. Von daher habe ich aktuell 512 GB intern plus 512 GB als Micro SD und mir reicht das absolut. Jetzt habe ich aber gerade ja noch einmal kurz das Display angesprochen mit der Spiegelung bzw. Entspiegelung. Bei dem LCD Deck hatte ich die 512 entspiegelte Variante, jetzt bei dem OLED habe ich die 512 nicht entspiegelte Variante. Und ich hatte ganz am Anfang beim Unboxing wirklich die Sorge, dass es mir einfach zu sehr spiegelt. Wenn ich irgendwo sitze, dass ich nichts erkenne, das hat sich komplett in Luft aufgelöst. Also für mich persönlich, der hauptsächlich zu Hause spielt und dann natürlich nicht mit Strahland von allen Seiten, ist das absolut kein Problem. Wenn ihr aber oft in der Bahn spielt oder im Bus und ihr habt Licht von oben, welches kommt, dann kann das natürlich schon störend wirken. Schaut am besten einfach mal auf euer Handy. Ihr habt ja in der Regel ein nicht entspiegeltes Handy Display und dann wisst ihr ungefähr, wie die Reflexionen sind, wenn ihr das nicht entspiegelte Display habt. Natürlich habt ihr noch die Möglichkeit, eine Displayfolie drauf zu machen. Auch eine entspiegelte Folie auf das nicht entspiegelte Display, das ist gar kein Problem. Ich habe auch ein Video zu den Folien gemacht, schaut euch das gerne an. Aber ich muss sagen, dass das nicht entspiegelte Display für mich den großen Vorteil hat, dass es einfach klarer, knackiger und schärfer aussieht. Aber, und das ist auch nochmal ganz wichtig, das LCD-Deck habe ich jetzt seit zwei Jahren. Wie gesagt, das ist die entspiegelte Variante und ich habe nicht einen einzigen Kratzer, nicht einmal einen kleinen Mikrokratzer da drauf. Ich habe es immer sorgfältig behandelt, aber ich habe dann auch einfach mal mein T-Shirt genommen und habe das damit sauber gemacht. Das ist alles absolut kein Problem, da ist nichts dran. Bei meinem OLED nicht entspiegelten Display habe ich ungefähr auf dieser Höhe jetzt hier einen Kratzer von circa einem halben Zentimeter, der relativ tief ist. Ich habe keine Ahnung, wo der herkommt. Das stört mich natürlich sehr. Bei dunklen Spielen sehe ich es gar nicht. Ich sehe es eigentlich nur bei einem sehr, sehr hellen Hintergrund. Ich habe mir jetzt im Nachgang eine Folie, eine klare Folie drauf gemacht. Ich sehe den Kratzer halt trotzdem noch. Es ist okay, trotzdem ärgert es mich natürlich, nur habt vielleicht im Hinterkopf, dass ihr einfach, wenn ihr ein Steam Deck habt, vorher schon die Folie drauf packt, weil ein Kratzer kann anscheinend irgendwie immer drauf kommen. Ich habe es nicht erwartet und trotzdem hatte ich ihn am Ende leider drauf. Und dann kommen wir zu zwei Themen, bei denen das OLED Steam Deck wirklich absolut fantastisch ist. Nicht nur im Vergleich zum LCD Deck, sondern auch im Vergleich zum Lenovo Legion Go. Denn das hatte ich ja, ich habe es verkauft. Vielleicht habt ihr das Video gesehen. Wie es bei dem ROG Li beispielsweise aussieht, kann ich euch nicht sagen. Das habe ich nie gehabt. Aber Punkt 1 ist der Lüfter. Ja, ich bin Steam Deck Nutzer der allerersten Stunde und bei dem LCD Deck war der Lüfter am Anfang wirklich laut. Der ist sehr, sehr oft angesprungen und das war schon sehr störend. Ich konnte beispielsweise nicht im Bett liegen und spielen, wenn meine Frau neben mir lag. Die hätte ich wahrscheinlich irgendwie mit dem Lüfter aus dem Bett gepustet. Das hat sich natürlich im Laufe der Zeit verändert. Das ist beim LCD Deck sehr, sehr viel besser geworden. Da hat Valve sehr gute Arbeit mit Updates geleistet. Aber der Unterschied vom LCD zum OLED ist unglaublich. Also der Lüfter des OLED, selbst wenn der angeht, hört man ihn so gut wie gar nicht. Und wenn ich das gleiche Spiel nehme, sagen wir mal Baldur's Gate, was auch immer. Ich hatte hier hinten bei dem LCD Deck immer eine sehr starke Hitzeentwicklung. Also das war wirklich heiß. Das OLED Steam Deck ist, was den Lüfter angeht, wirklich absolut fantastisch. Und wenn ich das mit dem Lenovo Legion Go vergleiche, ist einfach der Unterschied noch sehr viel größer. Denn das Go hatte den Lüfter gefühlt dauerhaft an. Selbst wenn ich nur auf dem Desktop wann nichts gemacht habe, das Gerät hingelegt habe, der Lüfter lief immer. Natürlich nicht auf Hochtouren, das ist klar, aber trotzdem war er immer an. Hier springt er nur an, wenn es wirklich nötig ist. Aber, was ich auch sagen muss, vielleicht kennt ihr es, das habt ihr mit Sicherheit hoffentlich auch schon mal gemacht. Da gibt es auch viele Memes zu im Internet. Hier oben, wenn die Luft rauskommt beim Steam Deck, da gibt es ja diesen, wenn man daran riecht, das ist so ein ganz besonderer Elektronik-Hitzeduft. Ich weiß es nicht. Das müsst ihr euch halt im Klaren sein. Der ist beim LCD stärker. Beim OLED könnt ihr nicht mehr so viel dran schnüffeln. Dann macht das aber sowieso nicht, denn Valve hat gesagt, dass das wahrscheinlich nicht ganz so gesund ist, wenn man das macht. Aber lasst mir bitte trotzdem im Kommentar da, ob ihr schon an eurem Steam Deck geschnüffelt habt. Und der zweite Punkt, und das ist auch ein Punkt, bei dem das OLED Steam Deck dem LCD Deck überlegen ist und auch wirklich allen anderen Handhelds, ist einfach der Akku. Der Akku vom OLED Deck ist unfassbar gut. Und ja, er ist ein bisschen größer als beim LCD Deck, aber dadurch, dass auch der Prozessor jetzt mit 6 Nanometer gefertigt wurde und nicht mit 7 Nanometer, daher effizienter arbeiten kann, wir ein OLED-Display haben, welches einfach weniger Energie benötigt, hält der Akku natürlich länger. Bei dem LCD Deck war es so, dass wenn ich ein Spiel gespielt habe, welches wirklich unfassbar viel Power brauchte, sagen wir mal ein Uncharted 4, God of War, Baldur's Gate, was auch immer, dann hatte ich eine Akkulaufzeit von ungefähr 1 Stunde 30. So, nun ist es ja so, dass das Deck auch nicht immer voll aufgeladen ist. Dann habt ihr vielleicht 80, 90 Prozent, 75, was auch immer. Und es geht ja auch nicht bis auf 0 Prozent runter, sondern schaltet sich vorher ein bisschen ab. Das heißt, ich hatte bei diesen Spielen ungefähr eine Akkulaufzeit von effektiv 1 Stunde, 1 Stunde 10 am Ende. Bei dem OLED Deck habe ich noch kein Spiel gefunden, bei dem ich unter 2 Stunden bin. Egal, welches Spiel ich nehme, selbst wenn ich die gleichen Spiele wie beim LCD Deck nehme, habe ich Minimum 2 Stunden. Und wenn ich dann beispielsweise ein bisschen mit der Qualität runtergehe des Spiels, habe ich plötzlich 2,5 Stunden Akku, sodass ich sagen kann, dass der Akku definitiv besser ist. Also das ist wirklich jetzt portable. Ich habe mich, als ich damals mein LCD Deck woanders mitgenommen habe, nicht wirklich getraut oder ich wollte nicht Baldur's Gate 3 spielen, einfach weil ich wusste, wenn ich das jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde spiele, kann ich danach kein anderes Spiel mehr spielen, weil der Akku leer ist. Deswegen habe ich Faktorio gespielt, wo der Akku auch bei dem LCD Deck 5 Stunden hält. Jetzt hätte ich kein Problem damit, auch einfach mal eine Runde Baldur's Gate unterwegs zu spielen. Und wenn wir dann auf diese ganzen Indie-Spiele oder älteren Spiele gehen, bei dem LCD Deck habe ich bei Faktorio, wie gesagt, 4,5-5 Stunden Akku gehabt. Hier komme ich auf einmal auf 7 Stunden. Das ist unglaublich. Also der Akku ist absolut fantastisch. Und auch hier ziehe ich natürlich wieder den Vergleich mit dem Lenovo Legion Go. Und dort muss ich sagen, da war das Go natürlich sehr viel schneller leer. Gerade wenn ihr dort ein Spiel spielt, welches viel Power braucht. Ja, Power braucht Akku, keine Frage, aber da war der Akku sehr schnell leer. Und wenn ich jetzt auch nochmal wieder den Vergleich mit der Portal ziehe. Die Portal ist ein reines Streaming-Gerät. Und ja, da wird natürlich dieser Controller mit den haptischen Triggern mal mehr, mal weniger genutzt. Das heißt, dadurch variiert die Laufzeit. Aber da habe ich im Schnitt eine Akkulaufzeit von 4 Stunden, was für ein Streaming-Gerät einfach viel zu wenig ist. Wenn ich mein Steam Deck zum Streamen benutze, und das mache ich gerne, egal ob ich damit meine Xbox, meine Playstation oder über GeForce Now streame, komme ich auf Akkulaufzeiten von 7, 8 Stunden. Von daher, das ist definitiv vom Akku unfassbar gut. Ganz, ganz großer Pluspunkt für das OLED-Steam-Deck. Aber auch das LCD-Steam-Deck hat im Vergleich zu anderen Handhelds wirklich gute Akkulaufzeiten. Klammer auf, bei Spielen, die sehr, sehr hungrig sind, natürlich weniger, Klammer zu. Und dann hatte ich damals FSR angesprochen. Viele Spiele konnten damals eigentlich nur von dem Steam Deck internen FSR profitieren. Das hat ein bisschen was gebracht, war jetzt aber nicht die große Erlösung. Dadurch, dass jetzt immer mehr Spiele FSR 2 bekommen, und wer FSR nicht kennt, das ist in dem Sinne eine Hochskalierungsmethode. Ihr gebt also an, dass ihr euer Spiel mit eben diesen 820p ausgeben wollt. Das Spiel selber wird mit einer niedrigeren Auflösung intern berechnet und wird dann hochskaliert, sodass ihr eben diese 800p habt. Natürlich habt ihr hier und da ein paar Punkte, an denen ihr merkt, okay, das sind jetzt nicht die nativen 800p, aber das hilft wirklich massiv, um Spiele, die normalerweise nicht laufen, dann auch zum Laufen zu bekommen. Und Baldur's Gate 3 wurde beispielsweise bei mir persönlich von, ist wirklich nur auf Biegen und Brechen spielbar, eben zu einem Spiel, bei dem ich sagen würde, jo, das läuft auch nativ, installiert wirklich gut. Von daher sage ich, wenn noch mehr Spiele FSR 2 und in Zukunft dann vielleicht auch FSR 3 implementiert bekommen, wird das unserem Steam Deck definitiv helfen. Es sollte halt nur nicht dafür in dem Sinne missbraucht werden, dass die Entwicklerspiele dann schlecht optimieren und sagen, ja, diese paar Prozent, die wir jetzt eben schlecht optimiert haben, die holt am Ende FSR wieder raus, weil das bringt uns dann letztendlich auch nicht weiter. Aber wenn es vernünftig implementiert ist und wenn die Spiele wirklich vernünftig optimiert sind, ist FSR eine unfassbar gute Sache. Thema Lautsprecher kann ich kurz machen, die sind wirklich sehr gut. Im Vergleich zum Lenovo Legion Go ist das ein Unterschied von Tag und Nacht. Lenovo Legion Go hat wirklich sehr, 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 sehr schlechte Lautsprecher. Beim Steam Deck sind die fantastisch. Ich drehe dort nicht komplett auf, denn dann kann ich mir auch Kopfhörer aufsetzen. Das hört sich selbstverständlich besser an. Aber ich sage, wenn ihr eure Spiele über die internen Lautsprecher spielen wollt, macht das, das hört sich wunderbar an und da sehe ich keinerlei Probleme. Dann haben wir noch den Prozessor, den ich damals angesprochen habe. Also der Prozessor, das habe ich vorhin schon erwähnt, der wurde jetzt mit 6 Nanometer gefertigt. Das heißt, der arbeitet effizienter, der braucht weniger Power. Das heißt aber nicht, dass der dadurch mehr leistet, sondern einfach, dass das, was gemacht werden muss, effizienter gemacht werden kann. Wenn ihr dann am Ende Spiele des OLEDs mit dem LCD-Deck vergleicht, dann seht ihr vielleicht mal hier und da Unterschiede von 2 bis 3 Frames pro Sekunde. Ja, aber trotzdem haben die beiden Decks grundsätzlich die gleiche Prozessorleistung. Und von daher müsst ihr euch klar sein, selbst wenn ihr schon ein LCD-Deck habt und wenn ihr upgraden wollt aufs OLED-Deck, dann habt ihr sehr, sehr viele Vorteile, Akku, Display, Lüfter, aber ihr habt eben nicht mehr Leistung. Und Valve hat ja gesagt, dass erst dann das Steam Deck 2 rauskommt, wenn ein Prozessor auf dem Markt ist, bei dem wirklich eine absolut signifikante Steigerung der Power möglich ist. Nur, ihr müsst euch wirklich im Klaren sein, wenn ihr hauptsächlich AAA-Spiele spielt und die eben beispielsweise nicht diese Maus-Unterstützung brauchen, ihr eben nicht diesen großen Akku braucht, dann solltet ihr vielleicht überlegen, ob ihr zu einem Handheld mit einem stärkeren Prozessor greift. Beispielsweise das ROG Li oder das Lenovo Legion Go mit dem Z1 Extreme. Wir müssen mal schauen, wie das MSI Claw ist, welches demnächst rauskommt. Und auch in Zukunft werden sich Handhelds, denke ich, hauptsächlich über die Leistung definieren, sodass ihr euch schon darüber klar sein müsst, dass andere Handhelds in der Regel stärker sind. Nur, ich persönlich habe bisher noch kein Spiel so wirklich gefunden, bei dem ich sagen würde, okay, das ist für mich unspielbar auf dem Deck, eben weil die Leistung nicht passt. Ja, es gibt das Problem, dass ihr die Game Pass-Spiele nicht nativ installieren könnt. Habe ich schon mehrfach darüber erzählt. Die könnt ihr aber beispielsweise auf euer Deck streamen. Ja, es gibt Probleme mit Spielen bezüglich Anti-Cheat. Ein prominentes Beispiel ist FC24. Das läuft nicht auf dem Steam Deck. Das müsst ihr wissen. Doch Capcom hat letztens ein neues DRM eingeführt, wodurch es dann Probleme mit der Kompatibilität gibt. Aber wenn ein Spiel nicht läuft, dann ist das in der Regel aus eben genau diesen genannten Gründen und nicht, weil die Power nicht da ist. Ja, es gibt natürlich Spiele wie Entschrouded. Die würde ich so eher nicht spielen, weil ich da auf 25 bis 30 Frames komme. Das ist zu wenig. Aber da sage ich dann persönlich, okay, dann spiele ich das eben über GeForce Now. Ich streame das Spiel über GeForce Now. Es fühlt sich absolut nativ an. Habe plötzlich 60 Frames, kann mit den höchsten Einstellungen spielen und habe da keinerlei Einschränkungen, außer dass ich natürlich dauerhaft online sein muss. Nur seid euch bewusst, dass wenn ihr immer die neuesten Spiele in der bestmöglichen Auflösung spielen wollt, dann wird das Steam Deck für euch wahrscheinlich eher nicht das richtige System sein. Aber wenn ihr euch unsicher seid und wenn ihr sagt, ich weiß nicht so genau, könnt ihr mir auch gerne einfach mal die Spiele in die Kommentare posten, bei denen ihr sagt, okay, Stefan, weißt du was, ich würde gerne hauptsächlich das Spiel, das Spiel und das Spiel spielen. Glaubst du, das läuft auf dem Steam Deck oder glaubst du eher nicht, dass es läuft? Und wenn ihr euch natürlich fragt, okay, das ist ja jetzt Linux und nicht Windows, laufen also die meisten Spiele nicht. Nein, die meisten Spiele laufen, denn Valve hat Proton mit an Bord und Proton sorgt halt dafür, dass Spiele, die normalerweise unter Windows laufen, auch auf Linux lauffähig sind. Ja, auch hier gibt es mal Probleme, sodass ihr dann eventuell die Proton-Version auf Experimental oder GE Proton wechseln müsst. Aber trotzdem sage ich, der absolute Großteil der Spiele läuft. Von den ganz neuen, wirklich hungrigen Spielen mal mehr, mal weniger gut. Muss man halt mit der Qualität ein bisschen runtergehen. Aber nochmal zusammenfassend, wenn ihr hauptsächlich AAA-Spiele spielt und wirklich in den bestmöglichen Einstellungen spielen wollt, überlegt euch bitte, ob das Steam Deck da für euch die richtige Wahl ist. Nicht, dass ihr am Ende enttäuscht seid. Und dann ist noch ein wichtiger Punkt, dass wenn ihr eure Spielebibliothek hauptsächlich auf Steam habt, dann ist das Steam Deck absolut fantastisch. Dann gibt es nichts Besseres, denn ich habe es mehrfach gesagt und ich sage es auch jetzt nochmal, das Steam Deck bietet meiner Meinung nach im Gaming-Mode eine absolut konsolenähnliche Erfahrung. Das heißt, ihr seid dort im Store oder ihr habt die Spiele schon in der Bibliothek. Ihr klickt einmal drauf, ihr geht einmal auf Installieren und ihr startet das Spiel. Ihr müsst euch in der Regel um nichts kümmern, wenn das Spiel läuft und wenn ihr nicht beispielsweise die Proton-Version wechseln müsst. Wenn ihr natürlich in den Desktop-Mode geht und wenn ihr dann Emulatoren installieren wollt oder wenn ihr Spiele habt, die beispielsweise bei Good Old Games gekauft wurden, im Epic Launcher, Ubisoft, Rockstar Launcher oder was es da nicht alles gibt, dann geht die Frickelei und Fummelei los. Dann ist es eben nicht mehr so leicht und dann habt ihr definitiv keine konsolenähnliche Erfahrung und dann ist es in der Regel bei Windows leichter, diese Sachen zu installieren. Das ist auch auf dem Steam Deck kein Hexenwerk, aber zumindest mit ein bisschen Fummelei verbunden. Und wenn ihr das noch nie gemacht habt, dauert es beim ersten Mal vielleicht ein bisschen länger und beim zweiten Mal ist das dann in fünf Minuten erledigt. Nur habt das im Hinterkopf, habt ihr viele Spiele auf vielen verschiedenen Plattformen erworben, dann ist das beim Steam Deck nicht mehr so leicht, sodass ihr dann eventuell doch eher Richtung Windows schauen solltet. Aber diese konsolenähnliche Erfahrung im Gaming Mode ist meiner Meinung nach etwas, was das Steam Deck einfach absolut von allen anderen Geräten abhebt. Und was ich auch an dieser Stelle unbedingt sagen muss, diese Produktpflege von Valve, die ist unfassbar gut. Das habe ich bisher so noch nie irgendwo erlebt. Was überhaupt in diesen zwei Jahren alles an Performance rausgeholt wurde, was alles verbessert wurde, was alles an Funktionen hinzugefügt wurde, ist unglaublich. Und Valve hat auch gesagt, dass auch mit dem OLED Steam Deck natürlich das LCD Steam Deck weiter mit Updates versorgt wird. Und das Gerät ist zwei Jahre alt und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. Valve arbeitet immer weiter daran, dass eben das Steam Deck immer besser wird, mehr Funktionen bekommt und immer weiter optimiert wird. Wie das bei anderen Geräten sein wird, wie beispielsweise bei einem ROG Li oder bei einem Lenovo Legion Go, das wird die Zeit zeigen. Auch da gibt es jetzt viele Updates, was definitiv gut ist. Aber ROG hat ja schon angeteasert, dass dieses Jahr ein Nachfolger kommen könnte. Und auch Lenovo wird mit Sicherheit ein Lenovo Legion Go 2, 3, was auch immer bringen, was ja auch vollkommen okay ist. Da wird es dann wahrscheinlich eher wie bei den Rechnern sein, bei den Laptops, was auch immer, dass die Unterschiede der einzelnen Geräte vielleicht dann gar nicht so groß sind, aber trotzdem jährlich neue Revisionen rausgebracht werden. Und da muss einfach die Zeit zeigen, ob die alten Geräte dann halt weiter so gepflegt werden oder nicht. Das bleibt auf jeden Fall spannend, aber das ist noch ein Punkt, der definitiv betont werden muss, bei dem Valve absolut fantastisch agiert. Und vergessen wir natürlich den Preis nicht. Der Preis spricht definitiv für das Steam Deck. Ihr bekommt das LCD Deck wirklich für einen super günstigen Preis. Und auch das OLED Steam Deck ist einfach im Vergleich zu den anderen Handhelds wirklich günstig für das, was ihr bekommt. Ein ROG Li kostet mehr, ein Lenovo Legion Go kostet 800 Euro, ein MSI Claw kommt für 850 Euro auf dem Markt. Die größere Variante kostet dann wahrscheinlich an die 1000 Euro, man weiß es nicht. Und da müsst ihr natürlich überlegen, okay, ist das ein Preis, den ich noch gewillt bin zu bezahlen? Oder ist mir das nicht schon zu teuer, weil ich mir dann auch ein Gaming Laptop, was auch immer kaufen kann? Aber wenn ihr ein OLED Steam Deck kauft, seid ihr bei der 512er Version eben unter 600 Euro dabei. Und da geht Valve natürlich auch den Weg, dass sie sagen, okay, wir bieten die Hardware günstig an im Vergleich, haben natürlich Steam als einfach unseren Hauptstore drauf und generieren darüber dann selbstverständlich sehr, sehr viele Verkäufe, eben Softwareverkäufe und holen uns dann dadurch das Geld rein. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass Valve hier und da immer mal wieder das Steam Deck im Angebot hat. Das OLED Steam Deck war noch nicht im Sale, aber das wird auch mit Sicherheit irgendwann im Sale landen. Und da muss man gucken, da gibt es vielleicht 10, 15 oder sogar 20 Prozent drauf. Und dann stellt sich meiner Meinung nach die Frage gar nicht mehr, ob hier das Preis-Leistungs-Verhältnis passt oder nicht. Denn auch ohne Sale würde ich mir das Steam Deck jederzeit wieder kaufen. Und um auf meine Eingangsfrage zurückzugehen, ob sich das Steam Deck noch im Jahr 2024 lohnt, sage ich ganz klar, absolut. Ich würde es auch heute noch ohne nachzudenken kaufen. Ich würde mir nach heutigem Stand dann das OLED Steam Deck kaufen. Ich würde dieses Geld dafür bezahlen. Wenn ihr sagt, na, ich möchte nicht ganz so viel bezahlen und mir reicht das LCD Deck, ist auch das ein absolut fantastisches Gerät, bei dem ihr wirklich Geld sparen könnt, gerade wenn ihr euch dann das Gerät eventuell sogar bei Kleinanzeigen oder generell gebraucht holen möchtet. Denn viele verkaufen das LCD Deck eben, um sich dann ein OLED Deck zu holen. Und da könnt ihr wirklich verdammt gute Angebote abgreifen. Von daher würde ich mir definitiv auch heute noch sofort ein Steam Deck kaufen. Ich habe auch wirklich keine Sorge, dass jetzt der Punkt erreicht ist, an dem einfach neue Spiele nicht mehr laufen. Eben weil ich sehe, dass Spiele wie Perlworld oder auch andere Spiele einfach immer noch sehr gut laufen. Ja, da muss ich hier und da ein paar Abstriche machen, aber dann gibt es beispielsweise eine FSR 3 Mod oder eine andere Mod, die dann die Performance noch erhöht. Die Community bei Valve ist einfach absolut fantastisch und ich weiß, dass ich problemlos auf das Steam Deck 2 warten kann. Ob das jetzt nächstes, übernächstes oder auch erst 2027 kommt, bis dahin werde ich mit meinem Steam Deck unfassbar viel Spaß haben. Ich habe es wirklich jeden einzelnen Tag in Benutzung und ich sage euch nochmal, ja, ganz klares, ja, das Steam Deck lohnt sich auch im Jahr 2024. Meine lieben Freunde, lasst mir gerne eure Meinung da. Ihr wisst, dass ich immer sehr, sehr, sehr gespannt bin darauf, was ihr sagt. Ich weiß auch, dass manche Leute an manchen Punkten eventuell widersprechen werden, was absolut okay ist. Von daher schreibt mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich freue mich einfach auf eine Diskussion mit euch und vor allen Dingen dürft ihr nicht vergessen, eben durch eure Kommentare helft ihr selbstverständlich auch den anderen Leuten, die dieses Video gucken und sich denken, ja, das ist ja ganz interessant, was der erzählt hat, aber jetzt will ich mal gucken, was die User dazu sagen. Von daher, ab in die Kommentare mit eurer Meinung. Lohnt sich das Steam Deck noch im Jahr 2024? Meine lieben Freunde, ich hoffe, ich konnte euch hier mithelfen. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich versuche wirklich, so gut wie jeden einzelnen Kommentar von euch zu beantworten. Meine Freunde, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.